Hallo zusammen, hier ist Spekulatius und ich gehe euch heute wieder mit Railroad auf den Keks. Wir sind in Südniedersachsen in der Nähe von unserem Sorgenkind Nordheim und schauen mal, was so anliegt im Moment. Geht am Signal ein Güterzug. Achso, muss noch einen Moment warten. Hier wird fleißig gebremst. Wie sieht es denn hier aus? Göttingen, Hannover, Göttingen. Das könnte man mal machen, oder? 50 kmh, das ist glaube ich kein groß... Achso, das war der Zug, den ich mir beim letzten Mal ausgeguckt hatte. Den muss ich dann nämlich irgendwie zwischendurch mal anhalten. Ähm... Ähm... Irgendwie klappt die Audioquelle im Moment gerade nicht. Ähm... Das ist ja unschön. Das muss man einmal kurz in die Einstellung spicken. Ähm... Das muss man einmal kurz in die Einstellung spicken. Ähm... Ja doch, Audio sollte eigentlich da sein. Außer Music. Das ist merkwürdig im Moment. Hm... Oh, oh, was haben wir denn hier? Ja... Kann mal wenn und dann hier hoch. So... Ja... Gute Frage. Wollen wir jetzt auf die, ähm... Auf den Sound verzichten, aber so ganz ohne ist es irgendwie auch nicht so schön. Gucke mal, ob ich den Stream einfach nochmal beenden kann. Ja, muss ich wahrscheinlich. Einmal Pause. Tut mir leid. Wobei, ich habe ja so viel noch nicht gemacht. Ich könnte ja theoretisch auch, ähm... Den letzten Autosafie nochmal laden. Ah, das mache ich glaube ich. Also, einmal kurz beenden. Ja... 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 Vielen Dank.